Ja, meine Freunde, erst mal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir sprechen heute über Nabi Kater und auch über Davi Klaasen. Vor allem zu Nabi Kater gibt es einige Gerüchte, die vielleicht jetzt in den nächsten Tagen uns ein bisschen aufatmen lassen könnten. Denn Nabi Kater von der Gehaltsliste zu streichen, trotz eines leistungsbezogenen Vertrags, wäre mit Sicherheit nicht so verkehrt. Wir gucken uns gleich mal die Situation an, auch wer da in Frage kommt. Das ist, wie gesagt, auch ein offizielles Gerücht. Und dann gehen wir zu der Frage, die ich gestern im Community-Tab schon mal gestellt habe. Würdet ihr Davi Klaasen noch mal gerne bei Werder sehen oder nicht? Das ist kein Gerücht, sage ich schon mal ganz klar. Habe ich übrigens auch im Community-Tab in keiner Weise erwähnt, dass es ein Gerücht ist, dass wir an Davi Klaasen dran sind. Sondern einfach die Frage von einem Fan zu anderen Werder-Fans. Würdet ihr ihn gerne noch mal bei Werder sehen oder nicht? Wir schauen uns gleich auch die Umfrage an. Ich bitte da, das auch so anzunehmen, dass es eben eine Frage ist von einem Fan zu Fans. Ey, würdet ihr den Spieler gerne noch mal holen oder nicht? Und nicht direkt schreiben, Nico, erfundene Gerüchte, nur Scheiße, bla bla bla. Denn das kam ja gestern dann wieder vor im Community-Tab, obwohl ich es in keiner Silbe geschrieben habe. Ist super schade, beschreibt aber auch irgendwie teilweise dann doch den ein oder anderen Kommentar selber. Ja, wir schauen uns das Ganze gleich mal an. Gucken auch einmal ganz kurz auf die Vertragslosenliste, denn da sind sehr viele spannende Spiele dabei. Wenn ihr dazu nochmal ein separates Video haben wollt, wo wir wirklich einzelne Kandidaten vorschlagen, die vielleicht für Werder noch interessant sein könnten, dann könnt ihr das gerne tun. Weil wenn, dann macht es irgendwie Sinn, das jetzt zu machen, sage ich mal, in nächster Zeit. Weil ich nicht glaube, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Monaten dann nochmal einen vertragslosen Spieler holen. Wenn, dann eben jetzt. Und sonst kannst du im Winter ja auch nochmal nachlegen. Fangen wir aber erstmal an mit Nabi Keita. Nabi Keita, gibt es derzeit Gerüchte, dass er eventuell in die Türkei wechseln könnte, was für uns in dem Sinne gut wäre, habe ich ja gerade eben auch schon mal kurz angeteasert, dass wir sein Gehalt sparen könnten. Nabi Keita, derzeit noch ein Markei von zwei Millionen und wird umworben von Barsakşir. Hier sind die. Und das sehen wir auch hier nochmal. Aktuelle Gerüchte. Auch hier Nabi Keita gelistet bei Barsakşir. In der Türkei ist das Transferfenster noch neun Tage offen. Äh, meine ich zumindest neun Tage. Es ist offen. Ich habe es hier gerade eben auch nochmal aufgemacht gehabt. Hier noch neun Tage bis zum 13. September. 13. September ist das Transferfenster offen in die Türkei. Bis dahin könnte er wechseln, mit Vertrag wechseln und sonst könnte er danach ja auch ablösefrei wechseln. Denn da müssen wir auch drüber sprechen. Es kann auch durchaus sein, dass Nabi Keita sich mit einem anderen Verein einig wird. Und die Türkei, finde ich, ist da ein Ziel, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann auch. Äh, von seinem Namen her wird er mit Sicherheit da auch nochmal für Furore sorgen. Ähm, also ich glaube, dass er da sehr gefeiert wird. Aber es wäre halt in dem Sinne auch gut für ihn vielleicht, weil du nochmal aufblühen kannst eventuell und da auf die Spielzeit kommst, die du dann auch möchtest. Also ich glaube, dass das matchen würde, auch finanziell. Hat ja auch bei uns ja schon große, große Abstriche gemacht. Also ich glaube, dass das kein Hindernis sein wird. Ich bezweifle allerdings, dass wir wirklich eine Ablösung mitkriegen sollten. Selbst wenn wir diese Ablösung mitkriegen sollten, gab es ja damals schon die Gerüchte. Es ist natürlich nicht offiziell bestätigt, aber Nabi Keita soll wohl eine, ja, Mitbeteiligungsklausel haben. Das heißt, von der Ablösesumme, so wie ich damals zumindest, damals waren die Gerüchte, dass sie bei um die 50 Prozent liegen soll, dass er um die 50 Prozent mitkassiert. Das heißt, selbst wenn wir eine Million Ablöse kriegen würden, würde 500.000 davon an Nabi Keita gehen. Das heißt, das oberste Ziel ist wirklich das, Nabi Keita zum einen ein bisschen, ich sag jetzt mal, loszuwerden, ohne es jetzt böse zu meinen. Aber einfach alles, was er jetzt machen wird, wird auf Werder zurückfallen. Es wird immer sein, Nabi Keita von Werder Bremen suspendiert, bla bla bla. Deswegen das, um zum einen zu vermeiden und zum anderen, ihn von der Gehaltsliste einfach zu streichen, weil das dann doch sehr belastend ist. Und deshalb würde ich mir auch wünschen, dass das Ganze klappt bei Basakjir, dass Nabi Keita vielleicht am Ende dann dorthin wechselt. Und ich glaube, dass die Gespräche mit Werder dahingehend gar nicht so verkehrt liefen. Wie gesagt, am Deadline-Day war ich ja vor Ort und da ist er, ich glaube, es war sein Berater aus dem Stadion herausgegangen. Vielleicht hat man da eben von Werder auch das Go bekommen, sollte keine Ablöse zu bekommen sein, dass er trotz dessen auch Ablösefrei zum Beispiel gehen darf. Auch, obwohl er Vertrag noch hat. Übrigens, da auch nochmal ganz wichtig, er hat auch Vertrag bis 2,26. Also es muss definitiv auch ein Ziel von uns sein, dass man ihn da eben los wird, weil du kannst nicht ihn jetzt zwei Jahre noch weiter bezahlen. Das wäre ja völlig irre. Ja, dann kommen wir zur Umfrage, die ich gestern gestellt habe. Ich lese sie auch gerne noch einmal kurz vor, um da nochmal klarzumachen, dass nirgendwo stand, dass es ein Gerücht gibt zu Davi Klaassen, sondern die Frage. Vor zehn Stunden, würdet ihr bei Davi Klaassen für die Kaderbreite anklopfen? Eventuell auch dann, wenn Keita tatsächlich wechseln sollte. Das heißt, das Gehaltsgefüge von Keita frei wird und man dann vielleicht sagt, ey, wir können aber im Kader, wir brauchen im Kader eigentlich noch eine bessere Breite. Und dann nehmen wir ihn Davi Klaassen, weil Mittelfeld Allrounder kann sowohl defensiv, offensiv als auch komplett zentral spielen. Wäre ja eine Idee. Das war auch die einfache Frage. Danach habe ich nur geschrieben, was mit Davi Klaassen in den letzten ein, zwei Jahren war. Jetzt auch nochmal sehen wir auch hier bei den Stimmen. 1394 Stimmen. Ja, holt ihn zurück zu Werder. 77 Prozent. Nein, würde ich von abraten. 23 Prozent. Also ihr seht auch hier, die Mehrheit der Stimmen ist auf jeden Fall dafür, dass man Davi Klaassen zurückholen würde. Gibt auch einige Gegenstimmen und das finde ich auch vollkommen okay. Es ist ja, wie gesagt, auch nur ein Gedankenkarussell. Zu Davi Klaassen selber, er hat derzeit noch einen Marktteil von 4 Millionen, ist 31 Jahre jung. Also wir reden jetzt auch nicht über einen 35-, 36-Jährigen, sondern über einen 31-Jährigen, der auch seit zwei Jahren irgendwie gefühlt gar nicht verletzt war. Sehen wir jetzt hier auch, können wir nochmal kurz unterstreichen. Letztes Jahr bei Inter Mailand gespielt, davor noch bei Ajax Amsterdam und die letzte Verletzung, die gelistet war, war 21-22. Da hatte er Leistenprobleme, hat vier Spiele gefehlt. Hat nie lange gefehlt, sehen wir auch in seiner kompletten Vita. Das war auch bei uns schon der Fall. Bei uns war er durchgehend immer fit auch. Also das, Davi Klaassen ist kein Spieler, der irgendwie verletztenanfällig oder sonst was ist. Das ist für uns super, super wichtig. Ist ein absoluter Teamspieler, ist jemand, der unglaublich viel läuft. Mit Maxi Eggestein damals immer die zwei Spieler gewesen, die mit Abstand am meisten gelaufen sind. Und jetzt gibt es etwas sehr Interessantes. Denn ja, er kam bei Inter Mailand nicht so zum Zuge, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat ja auch da nach eigentlich seiner besten Saison jetzt bei Ajax nochmal gesagt, ey, ich mache diesen Wechsel zu Inter Mailand. Und das zu versuchen, kann ich auch total verstehen, auch wenn es am Ende in Anführungszeichen nach hinten losgegangen ist. Aber er hat trotzdem 14 Spiele, 13 Spiele für Inter Mailand in der Serie A gemacht. Viermal in der Champions League gespielt und einmal in der Coppa Italia. Nachdem er im Jahr zuvor bei Ajax, das ist nämlich das Jahr jetzt vor dem letzten Jahr gewesen, hat er noch 33 Spiele gemacht, acht Tore und drei Vorlagen erzielt in der R-Devise in der Saison 2022-23. Also war ein absoluter Stammspieler, absoluter Leistungsträger auch. Hat auch die ersten zwei Spiele in der R-Devise noch gemacht gehabt. Auch da noch ein Tor erzielt und ist dann eben gewechselt. Ja, das sehen wir auch hier jetzt. Auch im Pokal hat der Kammer noch zum Einsatz, hat noch zweimal Europa League gespielt, fünfmal Champions League, ein Tor erzielt. Das war alles in der Saison 2022-23 noch. Also die letzten Jahre von David Klaasen, nachdem er von Bremen gekommen ist, waren trotzdessen sehr, sehr erfolgreich. Und da sehen wir auch hier nochmal in der Bundesliga, damals bei uns, 33 Partien, fünf Tore, fünf Vorlagen und danach die Saison 33 Partien, sieben Tore, sechs Vorlagen. Und dann kam eben die Saison, wo er gewechselt ist, wo wir dann übrigens auch abgestiegen sind, als David Klaasen weggegangen ist. Ja, David Klaasen hat bei uns total überzeugt gehabt damals. 81 Spiele, 16 Tore, 13 Vorlagen, als reiner zentraler Mittelfeldspieler. Und jetzt mit einer offensiveren Ausrichtung als linker Achter, wäre er schon ein Spieler, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er da eine Option ist. Und wenn er diese Rolle einnimmt, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Zudem möchte ich auch nochmal sagen, dass ich David Klaasen in dieser Rolle sehe, halt wirklich als erfahrenen Part, der die jungen Spieler nochmal in die Hand nehmen kann. Jemanden, den du auch für die Kabine hast, der aber auch trotzdem mit seinen Qualitäten immer helfen kann. So eine Art auch, vielleicht kann man es in eine Richtung mit Pizarro tun, den du reinwechselst, also mit diesem Punkt, den du reinwechselst, der nochmal so eine gewisse Euphorie ausstößt. Und dann eben auch wirklich einen weiteren Paar zu haben, der im letzten Drittel auch erfolgreich sein kann. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie gesagt, das ist ja aus sämtlichen Mannschaftsteilen zuhören gewesen, aber auch von Ole Werner, von unserem Trainer zuhören gewesen, dass er eigentlich sich noch Neuzugänge gewünscht hat, auch von qualitativer Einordnung. Und da wäre David Klaasen mit seiner Qualität, mit seiner Vita sehr, sehr gut, auch unter den ganzen jungen Spielern, die man dann doch auch geholt hat, was super ist, freuen wir uns alle drüber, aber dann auch noch einen erfahrenen Paar dazuzuholen. Wir haben ja auch Spieler wie zum Beispiel Christian Groß oder auch ein paar Vlenka und so weiter verloren gehabt. So, deswegen halte ich persönlich, ist auch für sehr sinnvoll, wenn er sich im Gehaltsgefüge einreiht und das passen würde, diese Rolle annimmt, dann fände ich das sehr interessant, wenn auch ein Navicator geht. Bei den vertragslosen Spielern gibt es übrigens sehr, sehr viele interessante Spieler, auch Riesennamen. Ganz liebe Grüße gehen an Tino, Deepay. Es sind natürlich auch viele Namen dabei, die wir uns niemals leisten können, muss man ganz klar sagen. Auch hier Yatsi, den würde ich auch sofort blind holen. Das sind viele Spieler, auch Deepay und so weiter, aber die können wir uns halt einfach wahrscheinlich niemals leisten. Trotzdem gibt es hier auch sehr, sehr viele sehr interessante Spieler. Auch Sko übrigens immer noch bis zum Ende jetzt ablösefrei gewesen, auch sehr interessant. Jetzt natürlich macht er bei uns nicht mehr so viel Sinn, nachdem wir Derek Köhn geholt haben. Ich meine nur mal, dass es ein interessanter Name ist. Leandro Lopez kam gestern als Idee aus der Community rein, muss ich auch sagen. Wäre auch sehr, sehr interessant fürs Mittelfeld 25. Da ist natürlich auch nochmal so ein Wiederverkaufswert. Dann kommt auch schon Davi Klaasen. Also es sind super viele interessante Spieler, die man für die Kaderbeite wirklich noch dazu holen könnte. Wenn ihr dazu aber ein separates Video haben wollt, könnt ihr das gerne mal reinschreiben. Ich bin jetzt erstmal raus, hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne mal ein paar nette Worte da, freue ich mich auf jeden Fall. Däumchen nach oben dalassen, gerne ein Abo dalassen. Dann bin ich raus, euer Niko. Und kurz schon mal als Anteaserung, heute Mittag nehme ich das Video, das Interview auf mit Nelson Valdez. Das kommt dann am Samstag online. Haben wir vorher auch noch nicht gehabt. Ein Spieler, beziehungsweise damals mit Nikolaj Rapp, der noch aktiv war, aber jetzt auch mit Nelson Valdez, ein Spieler, der noch beim Verein angestellt ist. Also wir reden praktisch dann auch mit einem Angestellten des Vereins und gleichzeitig einer riesen Legende. Also da, es wird ein sehr, sehr geiles Interview. Kommt dann, wie gesagt, am Samstag online. Jetzt bin ich aber raus, euer Niko. Ciao, ciao.